Wie setzt man Kokosfaserziegel als Einstreu für die Trockentoilette richtig an? Kokosfaserziegel bestehen aus gepressten und 100% organischen Kokosfasern und kommen als Abfallprodukt der Kokosnusshülle bei der Seilherstellung als nachhaltiger Rohstoff zum Einsatz. Entnehmen Sie den Kokosfaserblock der Folienverpackung. Stellen Sie den Ziegelhochkant in den TomTor-Ansatzbeutel oder einem dafür geeigneten 10-Liter-Gefäß. Geben Sie jetzt etwa einen Liter warmes Wasser dazu und verschließen Sie den Beutel. Je wärmer das Wasser ist, desto mehr Substrat erhalten Sie. Lassen Sie den Beutel je nach Wassertemperatur zwischen 30 Minuten und 12 Stunden bis zum vollständigen Aufquellen verschlossen. In einem geschlossenen und dichten Beutel ist die Haltbarkeit des Substrats für die Komposttoilette nahezu unbegrenzt. Fertig ist das Einstreu für die Komposttoilette und damit einsatzbereit für die Trenntoilette.